Hier sieht man aber wirklich schon was. Fühnste, ich hab das Gefühl, dass sich gar nichts ändert. Ach doch, vor drei Wochen sah das mal ganz anders aus. Mal sehen. Also heute will ich auf jeden Fall 2000 Kalorien schaffen. 2000? Boah, das wird aber schwer. Ach, das geht eigentlich. Bisschen Disziplin und dann kann man das schaffen. Also ich bin schon froh, wenn ich 1000 schaffe. Hi. Hallo. Was kann ich für euch tun? Also für mich einmal Käse Sahne, zwei Windbeutel und eine große Cola. Ja, ein Erdbeer-Mischek, ein Apfelkuchen, eine berliner Weiße. Okay. Los geht's. Nein, nein, das ist bei französischen Filmen immer so. Die Amis, die, danke, die stehen da überhaupt nicht drauf, wenn er ihren Hauptdarsteller am Ende nicht gewinnt. Kannst du mich kurz entschuldigen? Ich muss mal... Klar. Auch mal einen Kaffee? Zum Abschluss? Vielleicht? Ja. Ich weiß nicht, warum das so funktioniert. Die Kabel sind doch alle drin. Ruf doch den Netzwerk, Toni. Ja, das fehlte noch. Das krieg ich aber noch alleine hin. So, jetzt gucken wir mal. Ist jetzt was auf dem Monitor zu sehen? Nein. Ach, Mist. Was ist? Nix. Ich finde es so lustig, dass ihr Männer nicht zugeben könnt, dass ihr keine Ahnung von Computern habt. Hallo, Steffi Masur. Hallo. Ich sollte hier ein kleines Netzwerkproblem beheben. Oder? Nicht? Doch. Ich, äh... Hier, ich komme nicht rein. Das ist wie verhext. Ja, dann darf ich mal, ne? Äh, Papa. Gucken. Mhm. Kleinen Moment, ja? Ja, da haben wir es schon. Hey. War irgendwie die falsche IP eingestellt. Muss irgendjemand dran rumgefummelt haben, der sich damit nicht auskennt. Ach, aber wirklich? Das ist ja interessant. So. Ja, okay. Also, das war es schon. Wenn wieder irgendwas ist, einfach anrufen, ja? Ja. Gut. Tschüss. 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 Vielen Dank. Ja, wir müssen danken. Oh! Hatte die ne kleine Nase. Und die Ohren erst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Was denn? Was ist? Was ist los? Hört ihr auch nicht. Hey. Kaputt? Ja, sieht so aus. Ich glaube, irgendwas mit dem Schwellkörper. Oh Mann, das gibt's doch nicht so eine Scheiße. Und jetzt? Ich rufe einen Pannendienst. Ja, hallo. Du, wir, Werderstraße 15, ja. Mein Freund und ich, wir sind, wir, wir, ähm, wir wollten, wir, 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 naja, auf jeden Fall ist jetzt hier was kaputt. Ja, wir tippen, äh, wir tippen, äh, Schwellkörper. Ja? Super. Super. Danke, bis gleich. Komm sofort. Ordentlich. Ist auf. Tag, Pannendienst. Tag. Ah, ich seh schon. Liegen geblieben, oder? Da ist irgendwas kaputt. Also, ich tipp auf Schwellkörper. Nö, nö, nö. Ja. Das ist eine reine Kopfgeschichte. Da können Sie im Moment gar nichts machen. Was? Ich, ich wollte aber heute noch kommen. Ja, das haben wir ja auch gleich. Äh, wenn Sie im Moment warten wollen. Ah. Danke. Wir kümmern uns da gleich hier vor Ort rum, ja? So, machen wir mal. Ja? 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 Ja, erstmal langsam kommen lassen. Die gelben Schwänge. Langsam. 24 Stunden täglich stehen wir für Sie bereit. Komm, komm. Ja, ja, ja. Seit 1899. Ja, ja, ja. So. Der macht dann 150 Euro. Oder sind Sie Mitglied? Uff. Hahahaha.